Das Schnabel-Tier hatte keine Freunde, weil es das einzige Säugetier ist, das Eier legt. Ha 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 ha. Oh. Ha 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 ha. Mann. Hallo, wer bist du? Hallo, ich heiße Perry. Ich bin auf einer Schatzsuche. Willst du mich begleiten? Oh ja, wenn ich darf. Hallo, ihr beiden. Hallo, Herr Fuchs. Hallo, Herr Fuchs. Wollen Sie mit auf unsere Schatzsuche? Ja. Ja, hier ist der Schatz. Ich habe ihn gefunden. Juhu, ja. Hey, der Schatz gehört mir. Ich habe ihn gefunden. Nein, das ist mein Schatz. Wenn ihr euch streitet, nehme ich das jetzt sofort aus. Nein, das ist mein Schatz. Wieso teilt ihr euch den Schatz nicht einfach? Ja, warum sind wir denn nicht gleich darauf gekommen? Das Schnabel-Tier hatte seine Freunde gefunden und alle waren glücklich. Die Bibel-Tier-Gerb-Gerb-Nergendarte? Untertitelung des ZDF, 2020